Schlager-Champions 2021. Die einst der besten für das erfolgreichste neue Album des Jahres 2020 in der Kategorie Newcomer geht an Ramon Roselli. Ja, das ist deine Ramon. Herzlichen Glückwunsch, Ramon Roselli. Sänger des Jahres in Deutschland und Österreich ist da vorne steht's. Ja eben, Ramon Roselli. Schlager-Champions 2021. Die einst der besten für das erfolgreichste neue Album des Jahres 2020 in der Kategorie Sänger geht an Ramon Roselli. Die Sängerin des Jahres ist Daniela Alfinito. Schlager-Champions 2021. Die einst der besten für das erfolgreichste neue Album des Jahres 2020 in der Kategorie Sängerin geht an Daniela Alfinito. Herzlichen Glückwunsch, Daniela. Ist diese Überraschung ein bisschen gelungen? Die ist sehr gelungen, ja. Danke. Danke an mein, an mein gesamtes Team, an Telamo und vor allem an mein Papa. Schlager-Champions 2021. Die einst der besten für das erfolgreichste neue Album des Jahres 2020 in der Kategorie Duo geht an Thomas Anders und Florian Silbereisen. Schlager-Champions 2021. Die einst der besten für die Tour des Jahres 2020 geht an. Ein drittes Schlager-Champions 2021. Die einst der besten für das Comeback des Jahres 2020 geht an. Marianne Rosenberg. Herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, Marianne Rosenberg, herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Du musst eigentlich nur den Umschlag öffnen und den Namen verkünden. Und ihr wisst es schon, oder was? Nein, wir wissen nichts. Wir verkünden jetzt. Der Hit des Jahres geht an. Eine großartige Frau. Sarah Lombardi. Schlager-Champions 2021. Die einst der besten für den erfolgreichsten neuen Hit des Jahres 2020 geht an. Sarah Lombardi. Du hast auch endlich einen. Der Hit des Jahres. Ich fühl mich so geehrt. Wirklich. Du kannst wirklich stolz sein. Du hast den Hit des Jahres gelandet. Wahnsinn. Dankeschön. Ey, damit hätte ich jetzt im Leben nicht gerechnet. Schlager-Champions 2021. Die Platin-Eins der besten für den außergewöhnlichen Doppelerfolg ihres Albums. Ich muss dir was sagen. In den Jahren 2019 und 2020 geht an Kerstin Ott. Herzlichen Glückwunsch, Kerstin Ott. Dankeschön. Dankeschön. Wow. Schlager-Champions 2021. Die einst der besten für das Lebenswerk gilt an. Howard Carpendale. Herzlichen Glückwunsch, Howard Carpendale. Dankeschön. Danke dir. Herzlichen Glückwunsch, Howard. Ich bin aber noch nicht fertig. Nein, nein. Das wollen wir hoffen, Howard. Single Platin für Maite Kelly und Roland Kaiser vom Team ihrer Plattenfirma. Single Platin für Warum hast du nicht Nein gesagt? Single Platin. Du, Frau. Du, Frau. Du, Frau. Ja, du. Schaut euch das an. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Schmalte Kelly und Roland Kaiser. Dreifachgold für Giovanni Zarella vom Team seiner Plattenfirma. Dreifachgold für das Album La Vita e Bella. Herzlichen Glückwunsch, Giovanni Zarella. Ja. Und herzlich willkommen, Pedro Lombardi. Hallo Lombardi. Oh mein Gott. Flo, mach sowas nicht mit mir. Giovanni, jetzt weißt du, warum wir wollten, dass du dort stehst. Darf ich was sagen? Ja, natürlich. Danke, danke, danke. Also, 300.000 Mal Danke an alle zu Hause. Ihr da auf der anderen Seite des Monitors, ihr habt mich zurückgeholt. Flo, danke dir und deinem Team, dass ihr mich so unterstützt habt auf dieser Reise. Vielen lieben Dank und... Ja. Herzlichen Glückwunsch. Kann ich sagen, ich bin sprachlos. Vielen lieben Dank. La Vita e Bella, ich kann nur sagen, dieses Album hat mein Leben verändert und meine Frau und meine Kinder wissen, wovon ich spreche. Danke von Herzen euch allen. Danke sehr.